ich hoffe ich kann das so einigermaßen gut schneiden jetzt dies da hinten bei den termen mal wieder ach ist das schön so wie komme ich jetzt da rein hallo verstecktes romulus romulus ich hab da so eine ahnung wie ich da wo ich da wie ich da warum wie was wo wann warum so da unten da müssen wir hin gucken was das jetzt wieder gibt rein in das guli leitwolf den schrein des romulus finden nicht mehr als zehn quadrate der gesundheitsanzeige verlieren wir haben viele neue rekruten gewonnen ich sage kaum den namen romulus und sie gehorchen wenn die prophezeiung bewegt sie wie geplant gemeinsam schaffen die religiöse harmonie ich muss ich dem da hinterher oder wie oder was ach nee ke zeit für euch ich nix haben zeit aua saftsack der assassine muss sterben romulus befiehlt es na toll einmal ab komm greif an abwölfchen zeigte ihm die stärke unseres glauben einmal zweimal dreimal viermal fünfmal so passt vergisst sein blut hier wollte ich mal alle veräppeln halt moment bevor der mir da jetzt abhaut erst mal schnell die kiste plündern glas mit blut egeln ok komme ich da hoch so freundchen haut ab hab keine zeit für euch du bist hundefutter dauer weg 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 oh jetzt rennt der da hinten rum ich krieg dich so wartet doch hilf dir selbst ah klasse Wie er guckt Na, komm mal her Kleiner Mann Gut, wer wär fort? Oh, komm Wer zuerst? Einmal Dreimal Dreimal Und viermal Ich liebe ja so Multi-Attentate So, jetzt Wie kommen wir jetzt da zu dem da hoch? Muss ich jetzt erstmal wieder überlegen Da gibt's bestimmt irgendwo Mal schauen, mal schauen, mal schauen Irgendwo Irgendwo Ah, da ist noch eine Kiste Geile Sache Havia Silvi Silvaticum Ah, von da kommen wir her Okay Na, also Er hat sich auch festhalten Du Blödmann Bastel, du Blödmann Ich suche immer den schwersten Weg Dabei ist doch immer wieder der einfachste So So Guten Tag So Oh, kusch dich Ist das noch eine Kiste? Ich habe hier mit Kisten jetzt so zugepumpt Ach, das war ja gar nichts Äh, nein Hallöchen Hallöchen, die Herren Okay Okay Aua Da habe ich das Timing verpasst Oh, ja So, zwei sind mal wieder weg Na, also Passt So, Borgia Banner Haben wir auch bald alle voll Haben wir auch bald alle voll Ich hier alles weg machen muss Noch mehr? Au Schnauer Und ich darf den da hinten nicht verlieren Kann ich da irgendwie unten drunter tauchen Aua Aua So Selha Schuld, Blödmann Weg So, jetzt aber Jetzt wollen wir Gas geben hier Der hat wieder viel zu viel Vorsprung Der hat viel zu viel Vorsprung Ah, du Maus, eh Steuerung Mal wieder Deine Ende naht, Assassine Besänftigt, Romulus Tötet ihn Das war ich noch frisch im Kopf, oder? Aua Einmal 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 Viermal Fünfmal Sechsmal Siebenmal So, weiten kann Locker Jetzt Abkommt So Eins Zwei Drei Vier Fünf 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 Sechs Sieben Acht Habt ihr diese Lügen von euren Borgia Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit Du bist es der Lügen verbreitet Oh Gebt mir das Schiffrierblatt Ich geb dir nur eins Den Tod Der Tod Auf ihn Fangt den Buster Komm Oh Oh Okay, ich glaub mit der versteckten Klinge bin ich hier ein bisschen Warte Schneller Verdient euch euren Sold So, warte Jetzt Jetzt hol ich mal mein großes Breitschwert Ha Sag ich doch Alter So, warte, wie komm ich denn an die Borgia Flagge da hinten dran Ach, ich hab Ich weiß, wie wir dran kommen So Und Flup Haha So Schön, wenn man tauchen kann Gut Die Borgia Flagge Hammer Müssen wir nochmal gucken, wie wir jetzt Da hochkommen Und zwar Ich hab da schon Ne Idee Und Hopp Läuft doch alles wunderbar heute Läuft viel zu gut Und hopp Wunderbärchen Haha So So Noch die Kisten hier Erstmal die alten Schachteln hier plündern 481 Glas mit Blutegeln Okay Quecksilber Ah, da hinten so eine Kiste Silbererz Weiß zwar nicht, ob ich das jetzt noch brauche Aber Schriftrolle 4 von Romulus Wie viele Wie viele hämmern jetzt überhaupt 5 von 6 Schriftrollen Hämmer Okay, also eine fehlt noch Eine Schriftrolle fehlt noch Nicht mehr als 10 Quadrate Klemmt nach Genau Animus Steuerungssystem Ich weiß, wie man Assassin's Creed steuert Oh, wieder aus dem Bulli gekraxelt Boing Good Good